Heute L wie Literacy-Erziehung. Die Literacy-Erziehung ist ein Konzept aus der Elementarpädagogik und steht inhaltlich für das Heranführen der Kinder an Literatur. Zu diesem Konzept gehören unterschiedliche Fähigkeiten wie beispielsweise der Umgang mit Büchern und Bilderbüchern, dem Bewusstsein der Funktion von Schrift, ersten Buchstaben und Lautverbindungen und die allgemeine Freude am Umgang mit der Schrift. Die Literacy-Erziehung wird vor allem in der vorschulischen Bildung angewandt. Literacy wird bereits in der frühen Kindheit grundgelegt. Beim Kind kommt es zu unterschiedlichen Erfahrungen mit der Literatur in der Familie. Studien belegen, dass aufgrund unserer Wissensgesellschaft die Literacy-Erziehung von großer Bedeutung ist. Mit Literacy ist nicht nur das geschriebene Buch, der geschriebene Text oder Artikel gemeint, sondern auch Texte und Literatur aus E-Book, dem Computer und allgemein im Internet. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Schüler und Schülerinnen mit vielfältigen Literacy-Erfahrungen im Kindergartenalter eine bessere Lese-, Sprach- und Schreibkompetenz aufweisen. Literacy-Erziehung ist in fast allen Bildungsplänen der Bundesländer verankert. Im Kindergarten und der Kita lässt sich die Literacy-Erziehung beispielsweise durch folgende Aktivitäten fördern. Durch eine Bilderbuchbetrachtung und dem Miteinbeziehen des Kindes in diese Betrachtung. Durch das Vorlesen und Nacherzählen. Eine Fachkraft kann den Kindern bzw. Kleingruppen ein Märchen vorlesen und erzählen und die Kinder können dies ebenfalls nacherzählen. Durch das freie Erzählen. Damit ist der Dialog an sich gemeint. Das Kind sollte animiert werden, viel und kreativ frei zu erzählen und sich so sprachlich auszutesten. Durch die Konfrontation mit Schrift. Kinder nehmen im Alltag Schrift wahr und sind häufig interessiert. Dies kann bestärkt werden, beispielsweise beim Schreiben des eigenen Namens. Ein großer Faktor hinsichtlich der Literacy-Erziehung und dem positiven Effekt auf die Sprach-, Schreib- und Lesekompetenz stellt die Familie dar. Eltern sollten für diese Thematik ebenfalls sensibilisiert werden. Wenn du das Video über die Playlist schaust, dann startet das nächste Video automatisch. Falls du dieses Video nicht über die Playlist schaust, dann klicke hier für das nächste Video zu dem nächsten Buchstaben.